Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV Hochkern. Das ist der Mitsubishi Colt. Kennt ihr schon? Genau 1978 bis 2012 in Deutschland schon mal am Start als kompakter und auch als Kleinwagen. Und jetzt kommt die siebte Produktgeneration, die quasi auf dem Renault Clio basiert. Drei Motorisierungen kann der geneigte Mitsubishi Colt-Kunde bestellen. Ein 1 Liter Sauger mit 67 PS, ein 1 Liter Turbobenziner mit 91 PS und dann gibt es noch ein Hybrid bestehend aus einem 94 PS Benziner und einem 36 kW Elektromotor. Die haben eine Systemleistung von 143 PS zur Verfügung. Du möchtest dir den Mitsubishi Colt lieber gebraucht kaufen? Du willst einen deutschlandweiten Überblick über die gebrauchten haben? Und du möchtest dein Auto sofort und ohne Wartezeiten kaufen? Kein Problem. Bei pkw.de findest du top Gebrauchtwagen mit maximal 60.000 Kilometern von geprüften Händlern mit Garantie. Ganz einfach von zu Hause am Computer oder mit der App nach deinem Wunschauto suchen, genauso einfach bestellen und sogar kostenlos nach Hause liefern lassen. Am besten gleich mal ausprobieren. Klickt einfach auf den ersten Link unter unserem Video und schaut euch die Mitsubishi Colt-Angebote von pkw.de an. Höchstgeschwindigkeit im Übrigen beim kleinen Sauger 160, bei den anderen beiden 180 kmh. Beschleunig von 0 auf 100 wird in 17,1 Sekunden beim Sauger, dann 9,3 Sekunden beim Hybrid und 12,1 Sekunden beim Turbobenziner. Drei Ausstattungslinien wird es geben, Basis, Plus und Top und in den höheren beiden Ausstattungslinien kriegt ihr hier unten das schicke Tagfahrlicht. Sonst ist es nur hier oben integriert, aber volle LED-Scheinwerfer sind serienmäßig immer dabei. In der Basis steht der Colt auf 15 Zoll Stahlfelgen. In der höchsten Ausstattungslinie hat er 18 Zoll Alufelgen. Zwei Kameras in der Scheibe und ein Radarsensor. Der kommt also auch mit Assistenzsystemen jetzt. Unter anderem Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat und eine Verkehrszeichenerkennung ist jeweils mit an Bord. In fünf Farben kann man ihn sich konfigurieren und dieses wunderschöne Rot mit einer gewissen Tiefe, das nennt sich Sunset Red. 4,05 Meter ist er lang, 2,58 Meter misst der Radstand, 1,44 Meter steht er hoch da. In der Breite haben wir 1,80 Meter ohne und 1,99 Meter mit Außenspiegel. Doppelter Ladeboden, insgesamt 391 Liter Ladevolumen stehen zur Verfügung. Wenn ich die Rücksitzbahn umklappe, dem Verhältnis 40 zu 60 sich umklappen lässt, dann komme ich auf ein Volumen von 1069 Litern. Ja und dann noch große und gute Kunde. Es gibt eine Anhängerkupplung, 900 Kilo darf sie ziehen, wenn der Anhänger gebremst ist. Sonst reicht es immerhin noch für etwas unter 600 Kilogramm und natürlich der Fahrradträger, der passt da auch drauf. Ein digitales Cockpit hier hinter dem Lenkrad, auch ein Infodayment-Display. Es gibt unterschiedliche Größen, je nach Ausstattung sind die dann in einem Auto gegeben. Wir haben hier eine einstufige Klimaanlage, USB-Anschlüsse. Ich kann mit meinen 1,80 Meter hier gut drin sitzen, auch mit 1,84 Meter kann man nicht nur gut auf dem Fahrersitz sitzen, sondern auch noch dahinter. Und das ist die Wahrheit, denn ich bin wirklich 1,84 groß. Meine Knie stoßen noch nicht an, meine Füße bekomme ich unter den Fahrersitz. In die Türtaschen bekomme ich 0,5 Liter Flaschen. Ich habe da und da Isofix, keine Mittelarmlehne, keine USB-Anschlüsse, aber dafür ein Gurt für den dritten Platz. Hast du denn die Leseleuchten schon erwähnt? Die gibt es auch. Ganz kurz nochmal, warum macht man sowas? Batch Engineering, warum verkauft Mitsubishi jetzt ein Clio? A, weil sie es können. B, weil der Mitsubishi-Verkäufer das vielleicht besser kann oder näher dran ist. Und dann rechnet doch mal ordentlich durch. Vielleicht gibt es ja für den einen oder anderen sogar noch einen Preisvorteil. Gebaut werden beide, der Mitsubishi Colt wie auch der Renault Clio, zusammen am Band in der Türkei. Wann das Fahrzeug beim Händler steht, können wir euch noch nicht genau sagen. Man spricht von Herbst 2023 und im Laufe dieses Zeitraums werden dann bestimmt auch noch die Preise bekannt gegeben. Ich denke, er wird ein bisschen preiswerter sein als der Clio. Das war's. Abonniert ausfahrt.tv hochkant hier und auch schön die Glocke anmachen. Ich verabschiede mich wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Tschüss, bis dann.